Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen hier zurück zu Knockout City auf der Xbox Series X und das wie immer an diesem wunderschönen Dienstag in diesem Monat. Denkt dran, nur noch diesen Monat Knockout City jeden Dienstag und dann nächsten Monat müssen wir mal gucken. Ich hab noch keine Ahnung. Vor allem scheiße, ich bin ja auch in Urlaub. Ich hab keine Ahnung. Wir werden einfach mal schauen. Ansonsten wird der nächste Monat ein bisschen crazy-paisy bei mir auf dem Kanal. Müssen wir mal gucken. Jetzt heißt es erstmal Lobby finden und hoffentlich Spaß haben. Ich geh jetzt heute in den normalen Lobby rein, das heißt nicht im Ranglist-Match. Da sind wir ja nun das letzte Mal auf Gold gekommen. Und ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Der höchste Rang zählt, bis das quasi abgelaufen ist. Übrigens finde ich das sehr lange, diese Zeit, die man hat für den Liga-Modus. Bis der ausläuft und man seine Belohnung dafür bekommt. Aber gut. Anderes Thema. Wie geht's euch? Geht's euch gut da draußen? Habt ihr Bock? Habt ihr Spaß? Lasst mal ein Däumchen nach oben da, liebe Freunde. Würde ich mich mal freuen. In letzter Zeit so ein bisschen stagniert das Ganze so ein bisschen. Also ihr guckt, ich seh's ja. Aber, ähm, das Däumchen nach oben, das fehlt leider. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Aufhören. Sonntag, hör einfach auf. Wirf mich einfach. Wirf mich. Jetzt. Wirf mich. Nicht jetzt. Nicht hier. Oh, bist du... Alter Schwachmat. Warte mal, hat er den getroffen? Okay. Na gut, dann... Warte, 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 warte. Ich nehm den Ball mit. Nein! Bist du bescheuert? Oh, weil er den Ball unbedingt haben wollte. Drecksbanner. Hätte ich fast gesagt. Mach ich aber nicht. Irgendwie habe ich das gemacht. Warum wirft der da hin? Wo kommt denn was? Ich sehe es immer ab und zu mal... Ah, das war die Bombe. Bing, 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 bing. So richtig Flow ist noch nicht. Ach, Arschloch. Das ist meine Bombe. Ich will auch mal mit der Bombe spielen. Das ist der andere Ball. Da. Nein. Nein. Meiner. Klaut mir nicht meine... Leute zum Abwerfen. Schade. Ah, hätte ich ihn gerade geworfen. Nicht, Depp. Ist er oben wieder ein Ball? Ist er. Von hinten. Naja, da kommt jetzt sowieso hier um die Ecke. Passt auf. Scheiße, warum drück ich denn so früh die Hände auf? Was los heute mit mir? Bist du besoffen? Das ist ja peinlich. Hier, wirf mich. Okay, komm her. Machen wir es halt so. Ach so, richtig? Also, ich muss erst mal warm werden. Also, ich merke schon, das läuft gerade noch nicht. Ist ja noch Kindergarten irgendwie. So, Zeitlupen-Spiel. So. Nein, mein Ball. Nein, lässt du mich. Dann gut. So, ich schnapp mir die hier. Ah, wo sind sie? Ah, du Arsch. Na, warte. So. Den schnapp ich mir noch den Ball. Wo ist der Ball? Da. Ah, du Arsch. Na, warte. Jut, den haben wir. Scheiße, warum werfe ich den so? Nö, nö. In die Röhre wollte ich den nicht. Na, da hinten hab ich was. Was? Ich hab keinen K.O. mehr gekriegt. Der war schon vorher weg, ne? Oh, Mann. Wo ist mein anderer Ball? Ey, ich hab Fang gedrückt. Beschuss. Absoluter Beschuss. Mann. Wo ist er? Da ist er. Ja, Ball ist weg. Ball ist weg. Ball ist weg. Ich hab schon wieder zu früh. Also, heute ist irgendwas nicht richtig mit mir. Nein, das ist meiner. Lass die Finger weg von denen. So. Ah, die langsamen Bälle. Ich liebe sie. Shitte. Ja, mal. Los mit dir. Scheiße. Oh, der ist gut. Wo ist er? Ah, Arsch. Da, da, da. Treppe. Ja. Mein größter Erzfeind. Die Treppe. Was? Yes, baby. Mit der Bombe noch erwischt. So ist das toll. So ist das toll. Ja, gut. Aber erste Runde, ne? Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Ins Spielchen. Ich hab viel zu wenig Punkte gemacht. Schade eigentlich. Ehr gärlich. Was denn? Geht's hoch? Ah. Da fehlt noch einiges. Ramme Simon. Oh, ich muss Gegner rammen. Sehe ich gerade. Okay. Na gut. Ziehen wir uns mal um. Nächste Runde. Suchen wir mal. Jetzt muss es aber auch besser laufen. Das war er nicht. Das war nix. Nu komm. Nu finde. Nu mache. Jetzt oder nie. Ganz oder gar nicht. Lädt. Sehr interessante Namen dabei heute. Aber wo haben die eigentlich alle diese besonderen Banner und sowas her? Und manchmal rennen hier Sachen rum. Ich gucke jeden Tag hier in diesen Shop. Ne? Also jetzt nicht für echt Geld, sondern hier für, ne? Das Erspielte. Und ich finde, äh, äh, bei mir ist teilweise immer das Hilfe im Shop. Aber ich weiß nicht, wo die ganzen Leute immer den, den Kram her haben. Ich weiß nicht. So, wie sehen denn die Gegner aus? Also, oh, Zwillinge, ja? Sind Zwillinge am Start? Ah, so. Na, wollen wir doch mal. Ja, ja, mit dem Flügelchen. Willst du mich nehmen? Will mich einer nehmen? Nicht? Dann nicht. Den. Den haben wir eine verpasst. Und den verpassen wir noch eine. Von wo kommen sie? So, den haben wir auch weg. Wo ist mein Mondball? Nur mit echtem Mondball heute unterwegs. Arschloch. Ne? Wo ist mein Ball? Da. Nein! Jetzt geht er nach unten. Nein! Oh, der Mondball, ne? Wenn der so langsam ankommt. Ah! Dann mach ich wieder die Hände auf. Obwohl er noch nicht geworfen hat, dieser Arsch. Ja, los. Ja. Willst du nochmal machen? Neh mich! Neh mich! Neh mich! Neh mich! Neh mich! Neh mich! Los! Wah, ich bin auf das... Okay, aber so könnte man das hinaus zögern, wenn man die ganze Zeit auf Sprungding landet. Das ist ne gute Idee. Wo ist jetzt mein Mondball? Ich renne heute gefühlt nur den Bellen hinterher. Wo sind sie denn? So. Den Hammer! Ah, ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Leistung. Immer noch nicht. Es reicht mir heute einfach noch nicht. So, ich beeil mich einfach. Ich renne da schnell hin. Verdammt! So, eins, zwei. Da hinten ist einer AFK. Macht man zwar nicht, aber ist mir egal. So. Dann will ich hier heute Punkte abräumen. So. Da hinten sehe ich ihn. Oh, Mann! Klau mir den noch nicht. Au. Was mach ich denn? Gegner. Gegner. Wo sind sie? Da hinten. Alter, dieser eine spinnet immer. Nein! Da war die Röhre. Meiner. Nimm mich. Und wirf mich. Wirf mich. Wirf mich. Wirf mich! Los, jetzt! Komm! Da wesen ein. Meiner. Scheiße. Oh, der ist AFK. Den will ich. Das muss man aber auch noch ändern, ne? Also, das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn du im Team welche hast, die AFK sind, die bleiben extrem lange in der Runde drinne. Bis die halt rausgedonnert werden. Aber das ist halt zu viel. Das ist halt einfach zu viel. What? Scheiße. Oha. Ja, ja. Von drei Seiten, ne? Was willst du da manchmal machen? Wo ist denn noch einer? Mein Punkt. Scheiße. Scheiße. Noch rennt er weg. Na, jetzt ist er weg. Toll. Oh, hab ich noch nie mal den Punkt dafür gekriegt. Klasse. Ja, gut. Ja, toll. Immer noch nicht. Ich muss schon MVP werden. Also, wenn schon, wenn schon, denn schon. Ausgerechnet diese Flügel, Leute, immer. So. Ach ja, stimmt. Da war ja noch was. Gegnerram. Ich muss mir eigentlich jetzt eine Runde... Oh, dann werde ich aber nicht bester Spieler. Ja, gut. Wir gucken mal, ob man ein paar Gegner finden, die man ran können. Mann, 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 Mann. So. Äh. Ich bin aber alle drei Einladungen. Euer Ernst jetzt, ne? Crew-Einladung. Und K.O. sich die Freunde des Anfrager. Hm? Costa Free Chat. Hm? Kostas. Entschuldigung. Nee, ich möchte nicht in der Rückruf. Hm, hm. Nee, nee, umziehen. Bitte, bitte, bitte. Ich wollte jetzt ja extra hier mein Iron Tony Kostüm rausholen. Hahaha. Wenn schon, denn schon. Sexy, hexi. Hahaha. So, was haben wir denn? Ah, den Scharfschütz im Ball. Okay. Na, mein Auto. Wunderbar. Wesen stehe ich in der Mitte. Immerhin. So. Ich würde mich ja direkt als Ballform anbieten, aber auf der Map haben die Leute mal ein Problem, dass die entweder einen zu früh werfen. Zum Beispiel, das ist zu früh. Sinnlos. Dankeschön. Jetzt wirf mich. Jetzt. Jetzt. Hier. Hier muss ich werfen. Ja? Und los. So. Team Gold geht in Führung. Nein. Ach, wolle ich... Ach, ich hab gedrückt. Affe. Mann. Team Gold geht in Führung. Nichts ist entschieden. Team Gold in Führung. Wo hängt der denn hin? Die Blau geht in Führung. Ah, wieder zu früh gedrückt. Ah, der Schafschützenball, ne? Den musst du echt... So, den Hammer. Ja? War doof, ne? Was verwöchst du mich? Nein, warum ist der schon weg? Oh, ein bisschen abgefälscht. Wirf mich doch! Ah, du Deppenkopf. Dankeschön. Wo ist der Blau? Was haben wir denn da hinten? Alter, ich hab den Sprinten nach vorne gemacht. Affe. Ich bin wieder am Fluchen. Da, 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 da. So. Warte mal. Warum steht er noch so verdutzt da? Nein, es ist meiner. Oh, Mann. Arsch. Mensch. Ich suche mir hier. Verkrampft die Gegner. Dann ballern sie die von hinten ab. Mann. Nimm ich. Aber nee, noch nicht werfen. Noch nicht. Jetzt. Los. So, doppelt K.O. Bäm. Arschloch. Komm, 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 los. Wirf mich doch, wirf mich doch. Ich schnappe mir den Einzelnen. So. Nochmal. Was? Der hing an der Kante? Das ist ja clever. Das wusste ich gar nicht. Der hing an der Ende hin. So. Oh, den hab ich weg. Und tschüss. Was? Mehr. Gut. Ja, das war zu gut. Das war, das war doof geteilt. Nimm mich. Sobald er weg ist. Nimm mich. Wirf mich. Wirf mich. Gut. Nochmal. Aufladen. Aufladen. Los. Bombenfrei. Den schnapp ich mir noch. Hopps, hopps. Wo? Wo? Sind sie denn alle? Ey, ich hab gedrückt. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn heute wieder los? Ich drücke und der macht die Arme nicht auf. Oh. Leck, Gommio. Fühlt eine Verzögerung heute wie eine Bockwurst. Na toll. Und wieder wollte ich werfen. Und der hat noch nicht mal losgelassen. Ah. Ich bin nicht zufrieden, Freunde. Was soll ich sagen? Ich bin heute nicht zufrieden. Seht ihr ja. Ich komm halt auch nicht, ums Verrecken, auf dem ersten Platz. Irgendwas klemmt heute. Vielleicht die neue Boxer-Schwarze. Ich weiß nicht. Naja. Immerhin gibt's nochmal hier 1000 XP. Level-Aufstieg. Oh, was will ich denn wieder mit so'n Gesicht? Manche Sachen sind so unnötig. Einfach. Einfach unnötig. Ich muss mal die Anfragen hier löschen. Wollen wir mal. Ablehnen. 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 So. 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 nicht so wie der Scharfschützenball alles klar wobei auf der Map jetzt eigentlich nicht so der geilste Ball sag ich jetzt mal hier ist Bombe am besten ready Achtung Achtung und er steht afk rum ach ach leck mich doch ja dann schießt ihn ab ach ich hasse es ich muss den hier irgendwie verteidigen solange der hier noch im Match ist damit die Leute hier nicht einfach Punkte abgrasen dafür macht er da hinten natürlich jetzt schön fleißig Punkte ne so schön aufpassen Ah du Arsch klau mir den noch nicht man und tschüss so hast du gedacht ne wolltest du mich wieder runterschutzen nein ich bin drauf reingefallen ich bin drauf reingefallen aha verdammt 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 ist es gibt's doch nicht warte mal hier sind drei ne Verdammt Verdammt Hau ab Scheiße Ist der Ball da? Nein, ich hab geworfen Aber er hat's nicht gemacht Ey, guck mal, wie lange der eine AfK drinnen bleiben kann, ohne dass der rausgekickt wird Das ist ja nicht normal Jetzt bewegt er sich, oder was? Für, für, für eine Sekunde, damit er drinnen bleiben kann Eieieieieiei Eieieiei Ah Will mich einer? Ja, will mich Magst du mich werfen? Magst du mich werfen? Magst du mich werfen? Magst du mich werfen? Lad mich doch auf, du Deppenkopf Schade, ich nicht Arschloch Nein, das ist mein Ball Ah, natürlich kommt da einer von der Seite und mischt sich ein Wo ist er? Wow Nicht schlecht Was für den Aushebigen ist Nein, nein Ich mach wieder den Fehler Oh, bin ich doof Ey, sag doch, heute läuft's nicht Heute läuft's nicht Warum will ich das denn immer machen? Ist doch dumm Niemals ein Sprint in der Nähe von einem Grund Da steht einer auf K, oder was? Kau ich mir schnell wegen dem Endpunkt Da und wieder nicht die Zeit abgewartet Wo ich immer Angst habe, dass mir jemand meine Dinger klaut Ich hab eigentlich den Ding von oben gemacht Und da hab ich auch den Sprint nachgemacht Aber egal Ein Assist Naja Und wieder nicht der beste Spieler Ach, leck mich doch am Arsch So Freunde Ich bin heute nicht zufrieden Muss ich ehrlich sagen Ich bin heute echt nicht Warte mal Dritter Platz ist doch rechts Wie kann ich denn dritter Platz sein Wenn der eine die ganze Zeit AFK stand Hä? Was? What, 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 what Wait Oh, wir haben die Gegner gerammt Ja, sehr schön Ja, ein Style Ship Das ist an sich immer nicht schlecht Zu personalisieren da Ähm Ich verstehe es trotzdem gerade nicht vorne Kann ich hier nochmal irgendwie Die Statistik nochmal vom letzten Match sehen? Spielstatistik Warte mal Da So, wo bin ich denn? Acht Chaos Hab ich gemacht Ja Also müsste ich her Der ist der zweite Platz rechts Und der linke ist dritte Platz Ah 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 Okay Gut Freunde Ich sag erstmal Dankeschön fürs reinschalten Dankeschön Verliked Aber es geht um Für eure Unterstützung auf meinem Kanal Wir sehen uns nächste Folge wieder Bis dahin Haut rein Euer Sanuji Ciao 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 Ciao